Alter Finne! Wer rechnet denn mit sowas? Wer rechnet denn mit sowas? Mama told me all of this is Just a place we have to settle for Less than anything we dream of Will continue to be disappointments I feel down, I feel down, I feel down, I feel down Rachel is going to be alright The knife damaged her brachial artery but didn't cut it She's had a surgery And now she's resting Chloe, what happened? It's my fault I should have listened to you I even saw your file saying Sarah was connected to Damon Merrick I know exactly who Damon Merrick is Start over and tell me everything Did you and Rachel try to contact Sarah? I'm not going to chastise or blame you, Chloe But I need the whole story So, I got my dealer to meet us since he knows Sarah? Frank Bowers Yeah, that's right Yeah, that's right But Damon showed up with him What did Merrick want? He asked us why we were so interested in Sarah And what did you say? No, nothing Of course Is that how it became violent? It was actually Rachel who got angry She was furious that he wouldn't tell her where Sarah was This is exactly what I've been afraid of Rachel won't let anything stop her It wasn't only that She was already angry about Damon pushing me around She is like her mother Quick-tempered rash I've always been afraid of losing her the way I lost Sarah What happened next? Damon had a knife out And we all could see it But then he said something that pissed Rachel off And she just grabbed a piece of wood and hit him And then he stabbed her I keep thinking that maybe I could have done something But when he attacked her I just froze It's not your fault And Frank held him off so we could get to the truck I heard a scream But I don't know what happened And then We were here I appreciate you telling me the truth I'll see if I can pull some strings with Ray Maybe get you back into Blackwell What are you going to do about Damon? Find out if he is alive First of all My department's been after him for some time I was told that if Rachel had arrived only a few minutes later She might not have... Thank you, Chloe You saved my world It will be sometime before Rachel wakes up I promise I'll let you know when she does Okay Thanks Hey Steph How's Mikey? Pretty good Miss Amber just told me Rachel's going to be okay I'm really glad Yeah Well, our room's just down the hall You should come by Okay Sure Definitely I don't think I can sit still any longer Might as well stretch my legs while I wait for Rachel to wake up Alter, ohne Quatsch, ich muss das jetzt erstmal verarbeiten Meine Fresse Ei, ei, ei Sean Prescott What's he writing to the hospital about? Ja, du sollst Should I snoop? Verwaltungsleiter Hofstadter Is this for real? Hofstadter Na ja Einer ihrer derzeitigen Patienten ist Michael North, ein Schüler der Blackwell Academy, der auf dem Schulgelände verletzt wurde Da die Sicherheit der Schüler eine der Kernverantwortungen einer jeden Schule ist, enttäuschte Blackwell in dieser Instanz Mr. North Ich möchte daher persönlich und streng anonym für seine medizinische Versorgung aufkommen Falls ich den Prozess irgendwie beschleunigen kann, zögern Sie bitte nicht mich zu kontaktieren Sean Prescott Beantwortet am 9.5. W.H. Biologisches Gefahren, gut, beseitigen Sie biologisches Gefahren, gut, angemessen Die Sache ist, hier kommen wir doch sicher nicht rein, ja, ja, okay Es ist eine Alpha Wand, was mich immer verwirrt, wenn sowas oft eine Alpha Wand hat, aber dass man da nicht hinter kann, es ergibt Sinn, aber da hätte man auch wenigstens irgendwas hinmachen können, sodass, naja Ich denke, die Feuerwehr von Arcadia Bay brauchen Hilfe, ihre großzügige Spende wird dabei helfen, Waldbrenner zu bekämpfen und die Arbeit der Feuerwehrleute sicherer zu machen, danke Und jetzt frage ich mich einmal mehr, Dinge, die ich mich ab und zu mal in diesem Let's Play frage, was wäre passiert, wenn wir nicht das Geld an Joyce gegeben hätten, sondern jetzt noch genug übrig hätten, sodass wir hier was einstecken könnten Das ist doch eine Schwester, du kannst da doch nicht dran schlagen, mach trotzdem Komm Wir kriegen den Jokoriegel Den kriegt man schon, was soll groß passieren? Ja Ach, wie ist die denn selber? Ich dachte, wir stecken den ein, ich dachte, wir können den Rachel geben Oder Mikey Ich will, Mike, 20 mehr davon Hat eben Lachs noch hier, jetzt ist es weg Ja, gut Das ist sehr gut möglich Achtung, Angestellte des Arcadia Bay Krankenhauses Aufgrund der erhöhten Anzahl an Patienten, die unter Erschöpfung durch Hitze und oder Rauchinhaltation leiden, haben wir weitere Krankenzimmer bereitgestellt Bitte bringen Sie alle neuen Patienten in Flügel B Konsultieren Sie Ihren Schichtleiter für eine Auffrischung in der Patientenaufnahme, danke Ich dachte, man kann sich das anschauen Aber gut ja nicht Ja, da wollte ich einmal schauen Max, ist dir hier aufgefallen, dass Leute in Krankenhäusern immer flüstern? Ich glaube, es liegt daran, dass unsere eigene Stimmen alles realer erscheinen lassen Genau wie es niederzuschreiben Es ist seltsam, wie ich es war Die vor wenigen Stunden etwas Gebrochenes wieder zum Leben erweckte Ich glaube es kaum, dass ich den Truck repariert habe Ich habe damit einmal eine Runde um den Schrottplatz gedreht, bevor Rachel auftauchte Wir haben ein wenig gequatscht und dann Dann wurde alles total abgedreht Und mit abgedreht meine ich Damon Merrick, der Psychopath, der sich aus irgendeinem Grund total wie Rachels leibliche Mutter und ihren Vater interessiert Er und Frank sind aufgetaucht und wollten wissen, was wir vorhaben Bevor wir rausfinden konnten, warum zog er ein Messer und stach auf Rachel ein Ich hätte ihn vielleicht aufhalten können, wenn die schneller gewesen wäre, doch ich erstarrte Wäre Frank nicht gewesen Eine rasende Fahrt später bin ich hier im Krankenhaus Ich wünschte, ich könnte mir einreden, es ist nicht real Chloe, die viel zu reale PS, ich hoffe, Frank geht's gut Und wir wissen ja, dass es Frank gut geht, aber Damon Merrick, ich glaube, dem geht's nicht mehr allzu gut Was ist das? Da sehen wir mal von der anderen Seite Piratenstiff, ernsthaft, Chloe? Ja gut, warum nicht? Ich bin in eine hospital zu lange, das ist das Leben lang, dass ich nur so lange bin Ich will nur Rachel, der sich in der Nacht aufgerächt und dann fühle ich besser Ich will Frank, das großartig Ich glaube, er hat das gemacht für uns Ich hoffe, er ist okay Ich hoffe, er ist okay Ich kann nicht so etwas über ihn zu tun, von einem Weg oder anderen Und was über Damon? Will er uns nachher kommen? Ich fühle mich besser, zu wissen, dass James Amper auf seinem Fall ist. Das ist... witzig. Snackbox, leere Leinwand, brüderliche Extremität. Snackbox? Ach! Oh, verdammt! Ich weiß diese Leute. Äh, das sieht nicht aus wie die Maternity-Wing. Ah, da ist ein Zeichen für die Pränatal-Klasse. Ich kann nicht glauben, dass wir das endlich machen. Ich bin so begeistert. Du wirst ein guter Vater sein. Ich glaube, ich bin glücklich, dass wir ihren Wein trinken. Bringt uns das was, wenn wir hier lang gehen? Da kommen wir nicht durch. Ah! Das Poster scheint ein bisschen Kontext zu missen. Was zu schildern, was zu schildern. Okay, Nurse. Wasche deine Hände. Ja, platt. Komm, platt ist immer gut. Ich bin bekannt für meine schlechten Flachwitze. Wow. Ja, es ist wirklich ein sehr platter Witz. Hände waschen. Ich habe es so satt, mich mit Arschlöchern zu befassen. Dann hättest du nicht die Schicht in der Proktologie übernehmen sollen. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, voll lustig. War das das? Nein, die Snackbox. Ich bin doch nicht doof. Was haben wir hier? Minigolf. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Ach, jetzt auf einmal. Das ist auch interessant. Das ist echt interessant. Das heißt, man muss den erst angucken, dann muss man den Riegel rausholen, dann muss man ihn nochmal angucken. Nurse. Ich brauche meine Vorzeuge, damit man das Graffiti draufmalen kann. Das ist dezent umständlich und ich bin froh, dass wir es rausgefunden haben. Aber es... Wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen, wir können wahrscheinlich gleich eine weitere Runde und Runde mit Steph und Mikey spielen. Und wir müssen auch wahrscheinlich noch auf Mikeys Gips draufzeichnen. Denn was sollte brüderliche Extremität sonst sein? Und außerdem habe ich das Bild des Achievements schon gesehen und das ist ein gegipster Arm. Also dementsprechend... Von Steph? Bist du noch hier? Wir sind im Zimmer 785, falls du es vergessen hast. Cool. Okay. Ja, da werden wir natürlich reingehen. Anthony North. Ja, das dachte ich mir, dass das wahrscheinlich Mikeys Vater sein wird. Ist das nicht so wichtig. Ich weiß, was er ist zu sehen? Ja, das ist ja. Das ist ja. Ja, das ist ja. Ich weiß, wie er hat er sich? Ich weiß, wie er macht. Sonst noch was? Nö. Das könnten wir betreten. Die Sache ist, wenn wir das jetzt nicht betreten, ich schau erst mal das hier an. Mehr als als ein kaltes Hospital, ruhig schlafen Freunde und Ähnliches. Ja, gut, wir gehen erst mal hier rein. Ich weiß gar nicht, ob das hier optional ist oder ob man hier rein soll. Wahrscheinlich muss man eigentlich hier rein, weil Rachel schläft ja noch. Es wäre schwachsinnig, wenn man hier nicht rein müsste. ...Broken. Sweet hair, by the way. I bet you could pull off Sailor Mercury. Uh, thanks. Any news about Rachel? Her mom seemed hopeful. How'd she get hurt? You'll think I'm joking when I tell you, but I'm not. Why? What happened? Rachel was...stabbed in the arm. ...by Damon fucking Merrick. Yeah, that's not funny. Shit. You serious? Fuck that guy. It wasn't because of me, was it? Oh, no. We got our own set of problems with him. That's crazy. The whole thing makes me wanna just... I swear, if I ever meet that shithead... I'm gonna... What? What are you gonna do when you meet Damon Merrick? Something terrible. Uh-huh. I am. Like... Challenge him to a karaoke battle. Yeah. That's how we settle things on the street, huh? Okay. Throw dice at him. Criticize his taste in film. Okay. Tell him about a band he's probably never heard of. But should have. Enough! Anyway... We're glad Rachel's okay. Uh, you should hang out here till she wakes up. Rachel's gonna be up soon. Should probably head over when I'm ready. Huh. Huh. Those must be from Steph's parents. I barely knew Mikey two days ago. And now I feel... Kind of protective. Kind of protective. Ähm... Wenn wir nämlich das Geld nicht überreicht hätten, wäre Drews Knie zertrümmert worden. Und ein Footballer mit zertrümmertem Knie, das wahrscheinlich wesentlich schlechter heilt als ein gebrochener Arm. Da ist mir das hier doch lieber. Also es tut mir leid für Mikey, dass der jetzt leiden musste. Aber... Ich glaube, wir haben uns richtig entschieden. Hey. Kann ich deinen Kasten signieren? Ja. Definitiv. Hm. Something nerdy. Aber nicht zu nerdy. Da geht's. Ja, das Arm wäre wahrscheinlich ein Skelett gewesen. Nehme ich stark an. Tell Rachel... ...she's gotta come the board game night. Soon. Michael North. Zulassungsdatum 8.05.2010. Einweisungsgrund. Cyborg-Operation. Wurde Uran ausgesetzt. Drachenbiss. Medikation. Heiltrank. Sechs. Zauberbohnen. Kuss einer schönen Frau. Behandelter Arzt Dr. Bill Anderson. Ach ja. Die ganze Sache... Ein wenig mit Humor aussehen. Michael, ich möchte mein tiefstes Beileid für ihre Verletzung ausprobieren. Ich strebe danach, Blackwell zu einer sicheren Umgebung zu machen, die alle Schüler willkommen heißt. Jetzt erkenne ich, dass ich in diesen Bestreben in vielerlei Hinsicht versagt habe. Ich möchte, dass sie wissen, dass die Schüler und die Fakultät von Blackwell auf ihre waldige Genesung hoffen. Blackwell ist sich ihrer Abwesenheit schmerzlich bewusst. Ich habe sichergestellt, dass ihre Lehrer bereit sind, all ihre akademischen Bedürfnisse zu erfüllen. Aufgrund der Tatsache, dass sie auf dem Blackwell-Gelände verletzt wurden, kann ich nicht anders, als mich verantwortlich zu fühlen. Ich suche bereits nach einem neuen Sicherheitspersonal. Falls es irgendetwas gibt, das ich tun kann, damit sie sich nach ihrer Rückkehr sicher fühlen, zögern sie bitte nicht, mir dies mitzuteilen. Mit freundlichen Grüßen, Direktor Ray Wells. Ist er nicht eigentlich selber schuld, dass Merrick reingekommen ist? Weil er hat... Also, wir haben ja Skipps versucht abzulenken, aber ich glaube, im Endeffekt war es doch Orwells, der Skipp vom Eingang wegbeordert hat. Wenn ich nicht recht entsinne. Michael, Erfolg! Ich konnte eine Verlängerung aufgrund eines medizinischen Vorfalls für deinen Eintrag in den Cascade-Head-Cartoon-Wettbewerb rausschlagen. Ich denke, dein Superhelden-Design ist der perfekte Sprecher für die Erhaltung der Meere. Auf eine schnelle Genesung, Miss Cole. Das ist lustig. Ich glaube... Ich denke, dass ich nicht analyses war. 評 Mein Spiel favorites zu lassen. Vielleicht will das auch bem wiederkommen. Elemon hat sich aber aufneuhig auf einen Ruf zum Fahrzeug, dieses eran REUL+. Und er könnte es nicht machen. Warte mal, Harb the Elf Barbarian. Sie kann mit Elamon joinen in der Kampf. Vielleicht können wir uns zusammen machen. Warte. Du bist auch in diese Nerd-sit? Es ist ein Spiel, wo ich gewinnen, wenn ich verrückte Dinge zu machen und wie ein Bad-Ass. So, ja. Ich liebe es, dass ich so ein Spielmeister bin. Aber ich bin sicher, dass Chloes Charakter letzte Mal sterb. Oh, ja. Warte mal. Hast du nicht das Ankleid der Reinkarnation in deinem Inventor? Äh, ja. Ich habe das total alles. Das machen wir auf jeden Fall. Aber in der nächsten Folge. Wir sehen uns wieder. Tschüss.